guten tag und herzlich willkommen zur deutschland diagnose was läuft alles falsch in unserem land und wir stellen heute die frage wie korrupt ist eigentlich unsere bundesregierung und ist das noch erträglich ganz vorweg gestellt man mit der diagnose ist es nicht mehr erträglich es geht um ein kernthema unserer partei ein gründungsgen lobbyismus wenn ich mir aber das gesamtkonstrukt deutschland anschaue dann ist es doch mittlerweile seit der wiedervereinigung so man versucht kompetenzen und verantwortung auszulagern damit die bundesregierung sozusagen immer frei von jeglicher schuld ist und was sich innerhalb dieser behörden oder dieser unterabteilung dann abspielt das spottet jeder beschreibung ich würde es mal mit dem ausdruck bananenrepublik titulieren